Geht doch drauf, keine tausend Meter. Keine tausend Meter. Ach, ich such das. Wenn es gut so lässt, hock dich auf mein KDM und vorme der und so weiter. Mach ich nicht. Also ich wollte mir schon einen Husky kaufen, aber da hat es halt keiner mehr so was als. Alles gut, alles gut. Die sind alle ausgeflogen. Ah. Ähm. Wirklich? Sollte Der braucht mal so eine, der braucht eine 300. Jürgen. Jürgen. Die Presse ist da. Naja, die Jungs wollen ja immer was. Ja, die Jungs haben sich beschwert, dass du über diesen Tiefel sitzt. Wir werden nicht mehr historieren. Nö, ich hab die immer drauf. Entweder was zu schnell oder zu langsam.